Das sieht ja süß aus. Eine Wendelstuhltreppe. Die führt wohl zum Dachgarten rauf. Guck mal, da ist ja ein Bad. Ein Freibad. Ich hab's. Ich bin fertig. Mein Haus ist fertig. Meine Klingel. Hab ich schnell noch gebaut. Aber es ist viel mehr als nur eine Klingel. Es ist mein kleiner Helfer und Aufpasser. Alarm. Katastrophe. Na, was soll schon passiert sein? Ah, ich seh schon. Plattfuß vorne rechts. Naja, zum Glück gibt's die Physik. Sie hilft an allen Enden. Und hast du erst kapiert, wie ein Hebel funktioniert, dann kannst du ihn auch richtig verwenden.